Jo Leute, was geht? Herzlich Willkommen zu einem Video von heute bei der Episode 2 von Fortnite Lego. Wir werden jetzt ein bisschen Essen fahren, dort ist Red Check von Hülsch, glaube ich, auch Essen. Und das ist die aktuell unsere Base. Wir haben ein Bett gecraftet. Wir haben eine Bergbank und lagert Feuer und hier noch ein bisschen Schutz gegen Regen und so weiter. Aber wir müssen jetzt sehr viel essen. Und Erina hat gerade die Gruppe verlassen. Ja, ist auch egal. So, wie kommt die Rüsch auf die Gruppe? Ich glaube, Ratchet wird richtig doll auf den Boden. Ich geh nochmal bis nach. Ja, nein. Die sind hier keine Stücke wie einfach. Ich bin da schnell. Ich bin da schnell. Die sind hier noch mal. Okay, wir haben jetzt ein bisschen Essen nun von Regen. Da hat es sehr viele Schafe, Kiehe und alles im Mund. So, ich stehe da rein. Okay, ich komm gut. Okay, ich komm gut. Ich habe vier zwei Stück. Ich bin zwei Stück. Ich bin da jetzt einzuschlafe, allem teistens. Nein, bicho das bitte. Ach, ne? Denぞ einen hier. Stellt einfach nicht weiter. Ja, ich bohne jetzt mal. Nein, es hätten einen Schlaf bis Blog. Ihren mehr, dass abgeschülen hat. Oh,irsin wir uns da bridgeherst. Die Gericht hat ja auch so gemacht. Bitte ist ja hier ein irgendwie... Jetzt muss ich lossteuern. Ich werde noch ein bisschen Holz zu holen. Das ist ja immer gut. Und schließlich auch Essen. Weil Essen braucht ihr immer. Ja. 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 Ich habe sieben Kürbisse, sieben Fleisch und 18 Beeren. Ja. 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 ich mache den weg richtung Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020